ich frage mich warum schief barfuß hier eigentlich nur als rathaus level 12 auftaucht in der aufzählung es wäre schön wenn er noch rathaus 12 wäre aber er ist schon rathaus 13 und nicht nur erst rathaus 13 nein der toto ist auch rathaus 13 ganz ganz schlimm leute ganz ganz schlimm was mir gestern passiert ist wir gehen mal rein in den barfuß und das gleich mit zwei accounts leute ich bin ihr könnt mich jetzt abstempeln als rusher ihr könnt mich jetzt abstempeln als rusher ich habe nämlich ich weiß ich weiß nicht wie es kommt leute aber ich habe wohl bei beiden rathäusern gedacht ich mache die erst auf rathaus 12 schräger fünf so wie es mal sagen also auf die fünf sterne habe wohl überhaupt nicht darauf geachtet dass ich einfach mal rathaus 13 angestoßen habe und gestern als die accounts gewechselt bin im live stream data du bist jetzt rathaus 13 hurra ja toll und ich hatte noch nicht mal annähernd einiges oder alles fertig hier jetzt weiß ich vor allen dingen gar nicht was ich noch alles fertig machen muss aber es gibt natürlich hier die die olle die olle ladder also die dass der der weg jetzt schief journey und so viel gibt es ja gar nicht neu es gibt natürlich den drachen reiter das heißt kaserne muss ich da neu oder muss ich noch level es gibt natürlich den royal champion das schon sehr sehr nice es gibt den kleinen den kleinen lehrlings worden es gibt den recall spell und es gibt natürlich den workshop also mit mit der erweiterung um die sieg baracken und um den lock launcher und es gibt hier im bereich der defensive eigentlich nur zwei scattershot und ich glaube es waren noch drei feilen meine ich irgendwas kann man fast überspringt 13 fast überspringen und gleich auf 14 gehen aber es hat mich schon ein bisschen geärgert muss ich sagen gleich mit zwei accounts vor allen dingen nein wenn es ja nur einer gewesen wäre ich gesagt okay den level ich jetzt mal eben nach aber nein es sind zwei was habe ich gemacht ich habe erst mal mir natürlich den 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 royal champion aus dem shop geholt ich nenne das mal so ich hole das raus aus dem shop und zwei sachen habe ich auch noch im shop das müssen jetzt eigentlich noch die beiden die fences seien die beiden scattershot aber dafür habe ich nicht genügend gold ich habe auch glaube ich keine ohne und kein gar nichts oder habe ich da doch noch ein bisschen was nee habe ich nicht die dinger muss ich eh auch noch leveln also dauert alles jetzt noch bis ich das so weit habe das habe ich mir hoch geprübelt hier wir haben natürlich ein paar hammer verbraucht klar und ich kann jetzt auch kein mehr nehmen ihr seht das überall steht sechs tage sieben stunden also ich musste da jetzt auch erstmal eine nacht über schlafen ich musste jetzt erstmal eine nacht über schlafen und alles so alles so elix teuer ja 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 alles so elix teuer also werden wir viele viele tränke verbrauchen damit wir hier mit dem natürlich so ein bisschen in der liga bestehen können ziel ist natürlich das war reichlich reinfahren hier was die scattershot angeht dass wir die beiden wenigstens noch haben und dann müssen wir mal gucken was wir hier so nachleveln müssen bzw was ich auf dem account vorher schon ja nicht gelevelt habe also auf den zwölfer wo wir noch nicht ganz fertig waren er hat mich ist es er hat mich wirklich im moment ein bisschen vor allen dingen dass mir das gleich mit zweien passiert das eine mit toto und mit schief barfuß weil ich habe oben ja mit beckensherriff und donnerbank eigentlich zwei ganz gut ausgebaut 13 mittlerweile 14 habe ich im moment nicht aber wahrscheinlich werde ich streng genommen müsste jetzt im beckensherriff auf 14 ballern weil ich schon so dusselig war und habe mir die hier auf 13 geballert naja was heißt du ich glaube ich hier baue schon ein scattershot oder brauche ich hier noch keinen hier brauche ich auch noch keinen so wie ich das sehe doch einen habe ich schon einen habe ich irgendwo außen irgendwo außen baut er hier unten baut er zehn tage lang und auch hier habe ich jetzt noch ein paar bauarbeiter frei muss aber auch hier natürlich die ganzen kasernen machen die habe ich mir hoch geballert dass ich wenigstens 290 truppen schon mal habe das ist eine sehr sehr gute truppen konstellation kann ich euch sagen mit den hexen mit den riesen und mit den bohlen also sowohl ja okay jetzt natürlich rat aus 13 niveau aber sowohl rat aus 13 als auch rat aus 12 gerade aus 12 bekommt die die riesen auf level 9 und könnt euch die dann leveln also ihr seht ich habe sie auf 9 und könnte dann als super riesen auch nehmen ist eine nice armee und ich würde sagen wir greifen damit auch an wir sind ja noch in der laufenden liga vorletzter tag es fehlen noch ein paar angriffe ja es gab heute auch wieder es gab nicht nur gestern hier oder es gab heute jetzt hier so ein paar sätze dazu dass die leute ab und zu mal nicht können dann sollen sie es einfach im chat sagen einfach gar nichts machen und im nachhinein sagen oh ich konnte ja nicht ich habe mich auf rot gestellt das ist niemand also ich kann mich nicht daran erinnern dass ich das jemals gemacht habe in der laufenden liga noch zu gucken wer ist eigentlich grün und wer ist rot ja und ich meine ich kann die leute hier eh nicht rauslassen wir sind zwei von 31 und unten ist ein platzhalter das heißt also wir sind mal gerade zu 30 und spielen hier der dreißiger also wechseln ist sowieso nicht entweder sagt einer du ich schaff's nicht dann schafft das halt nicht dann wissen wir wenigstens dass das nicht schafft aber dann im nachhinein auch zu sagen okay habe ich nicht geschafft aber ich hatte mich ja auch auf rot gestellt ja das ist ja schön nur wie gesagt ich gucke da ich bin da der letzte der reinguckt wer ist eigentlich grün und wer ist eigentlich rot während der laufenden liga vorher schaut mir das schon an aber die masse ist eigentlich grün und es hilft auch nicht zu sagen warum werde ich nicht eingewechselt das war jetzt in einem anderen clan warum werde ich ein warum werde ich nicht eingewechselt also nach fünf tagen meldet man sich warum werde ich nicht eingewechselt man hätte sich auch vorher schon mal melden können so nach dem ersten oder zweiten teil leute bitte wechselt mich mal mit ein ich würde ganz gerne mit kämpfen aber nein man meckert dann am fünften tag dass man ja immer noch nicht eingesetzt wurde meckern geht immer geht 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 immer sehr sehr einfach aber vielleicht vorher mal was sagen weil wir auch nicht immer an alles denken oder an alles denken können und auch für uns hat der tach auch nur 24 stunden und wir gucken nicht 24 7 in die cks rein wer muss noch ran den können wir mal tauschen wer hat so viele sterne wer ist mit zwei accounts dabei und so weiter ich wollte es noch mal gesagt haben aber wir sind hier noch im laufenden wir haben den vorletzten leider doch jetzt eine rote fahne hier also ein verlorenen klankrieg weil hier auch nicht alle angegriffen haben warum auch immer macht ja alles nichts ist ja nur ein spiel na warte ich vergesse nichts so heißen ich bin nicht nahtragend ok was können wir machen ja toto und schief barfuß haben jetzt natürlich unter umständen etwas leichtere gegner 26 mal gucken ob wir daran kommen oder kommen auf jeden fall ran der kollege klönburg ja er hat auch klaren burg und er hat auch wie wir es wollen schön die single infernos drei stück an der zahl das ist sehr sehr cool und dann starten wir uns mal mit den riesen würde ich sagen ich fühle eben mal die klammer auf mit nicht mit hawks sondern wir nehmen einen locker mit und ein paar ich nenne sie ja mal schnitten ein paar walken immerhin locker dann brauchen wir auch keine mauerbrecher aber die super riesen gehen auch super durch die mauern durch kann ich euch sagen und zwar richtig gut deswegen haben wir auch nur ein sprungshower dabei das sollte reichen wir haben vier helden alles noch im bus vor allen dingen und dem bus solltet ihr auf jeden fall auch noch ausnutzen also wenn ihr rathausstufe xx level dann fangt nicht an eure helden zu leveln oder so sondern nutzt die fünf tage erst mal um in den klankriegen anzugreifen mit der geboosteten truppe ist sind immerhin fünf tage und das ist ja schon nicht nicht schlecht ich meine es sind fünf tage naja vier tage sieben stunden und das ist ja schon nicht schlecht und da würde ich dann eher die helden also entweder mit dem buch hoch machen oder mit james hoch machen oder was auch immer oder das helden leveln erstmal sein lassen weil die die zeit ist ja vertan die fünf tage kann man an der stelle effektiver nutzen das will ich jetzt auch machen wir nehmen uns den mal ich muss mal eben gucken über welche seite gekommen ich würde sagen wir kommen über die adler seite rein und den machen wir dann auch dann machen wir das auch schauen wir mal hier unten der entfernung tut mir sicherlich ziemlich weh oder irgendwie dauern und mal gucken das ist natürlich jetzt eine reine spam armee die tage hat schon mal jemand gefragt welche was eine einfache angriff strategie ist eine einfache angriff strategie ist eine spam truppe das heißt also wir gehen hier mit vielen vielen riesen rein wir nehmen hier ein paar hexen mit drin den lok launcher setzen wie hier so dass wir da ganz gut durch werden mit ich nehme die bola mit rein und dann nehme ich erstmal den tankigen tank ich nehme danach den worden und etwas später eigentlich immer erst meine queen den roll champion muss immer gucken wann bei denen wollen wir den wie setzen erstmal müssen wir hier ein bisschen guten und mal auf die clan burke warten ich nehme mal proaktiv hier einen einen gift zauber mal sehen wo die truppen dahin gehen ok der rock mein roll champion ist aber auf jeden fall schon mal ganz gut gelaufen bzw den den wollte ich da eigentlich auch so hin habe da können wir eigentlich noch mal springen hier haben wir noch mal richtig viel gut am start mein roll champion ist auch noch ist auch noch zu zünden jetzt muss ich hier ein bisschen bei meiner queen aufpassen hast aber auch noch der berät mir aber ganz schön was weg da ich will mal die queen noch nicht zünden oder ich hoffe dass sie jetzt gleich darüber springen die riesen vor allen dingen und dass sie weiter springen nein die springen jetzt im moment nicht weiter das heißt also der entfernung wird erstmal weiter beraten aber vielleicht wird meine wird 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 meine queen daher hingehen macht sie auch sehr schön ich werde sie mal zünden dann haben wir hier unten noch ein bisschen 23 die fans ist die können wir wegfriesen tuto komplett also easy peasy na ja ganz easy peasy nicht aber hat ja funkt ich bin ja noch kleiner zwölbe mit zwei armeelagern mehr und einem roll champion aber hat auf jeden fall funktioniert ist eine wirklich coole truppe und werde ich jetzt auch öfter mal wieder benutzen anstelle der normalen riesen die super riesen zu nehmen denn die sind ziemlich stark ist auch er ist auch er so eine truppe glaube ich die man nicht so nimmt also es gibt ein paar super truppen die werden die so ein bisschen vernachlässigt dazu gehören meines wissens vor allen dingen unten die super valküre entfernt und rachen je nachdem ja und auch und auch der dicke eis und die super meiner super hockrider werden das werden nach werden sehr sehr gerne bespielt gerade hier die super hockrider mit den anderen hocks noch also als twin hocks kann man das sehr sehr gut gebrauchen die super besatz und die bogenschütze sind natürlich immer gern gesehen in den blimps und auch die sneakies super barbaren gibt es auch gerade im rathaus 15 bereich eine tolle angriff strategie und der super drachen haben wir jetzt gerade gesehen obwohl jeder waren elektro drachen die taugen auch ganz gut in der klein buch sie sind zwar unheimlich langsam aber wenn die erstmal rauskommen und ein bisschen krumm und quer fliegen dann sind die auch ganz ganz schlecht zu bekommen und haben auch jede menge treffer punkte naja ich weiß noch nicht genau wie ich es jetzt ausmerzlich aber ihr könnt mich jetzt erstmal als rusher abstempel toto ist ein rusher oh gott und das nicht nur mit einem dorfen nein er hat es geschafft das gleich mit zwei dörfern zu machen asche über mein haupt ich weiß auch nicht wie es geschehen konnte ich muss man ich muss da noch mal ganz ganz tief in mich gehen wann mir das wirklich passiert ist weil das kann mir nur offline passiert sein weil öffentlich würde ich das niemals machen sage ich sag mal so vor mein zuschauern einfach so leute ich rasche jetzt das würde mir nicht einfallen es würde mich aber auf jeden fall freuen wenn ihr mir unter dem video ein daumen nach oben da lasst abonnieren nicht vergessen und am kanal dranbleiben und natürlich auch an den live streams twitch.tv schräger tuto klatsch ich würde mich freuen wenn ich euch dort auch einmal sehe für die die eigentlich immer noch auf youtube gucken aber mich noch nie live gesehen haben da ist ein bisschen was anderes aber sei es drum danke für eure aufmerksamkeit ciao ciao bis zum nächsten video euer toto der rusher bis zum nächsten video